Die Wheatstone-Sche Messbrücke ist eine Messeinrichtung zur Messung von elektrischen Widerständen umschaart. Kleinen umschen Widerstandsänderungen. Sie ist aufgebaut aus vier Widerständen, die zu einem geschlossenen Ring bzw. zu einem Quadrat zusammengeschaltet sind, mit einer Spannungsquelle in der einen Diagonalen und einem Spannungsmessgerät in der anderen. Sie wurde 1833 von Samuel Hunter Christie erfunden, jedoch nach dem britischen Physiker Sir Charles Sweetstone benannt, der ihre Bedeutung erkannte und ihre Verbreitung förderte, Beschreibung. Eine grafisch andere Anordnung zeigt deutlicher, dass jeweils zwei Widerstände einen Spannungssteiler bilden, zwei Spannungssteiler liegen zueinander parallel. Das Spannungsmessgerät stellt zwischen diesen eine Querbeziehung her, die der Schaltung den Namen Brückenschaltung gibt. Die unmittelbar gemessene Größe der Anordnung ist der Spannungsunterschied zwischen den Spannungsteilern. Auch Diagonalspannung oder Brückenquerspannung genannt. Die ursprüngliche Wheatstone-Brücke diente zur Messung von Widerstandswerten durch Anwendung des Abgleichverfahrens. Zunächst müssen die drei bekannten Widerstände so lange variiert werden, bis die Diagonalspannung 0 beträgt. Anschließend lässt sich aus deren Widerstandswerten der vierte, unbekannte Wert errechnen. Durch die Verfügbarkeit günstiger Digitalmessgeräte wird diese Messmethode nur noch selten eingesetzt. Eine Ausnahme bilden hier Präzisionsmessungen. Eine häufig ebenfalls als Wheatstone-Brücke bezeichnete Methode ist die Abwandlung zum Ausschlagverfahren. Bei dem nur kleine Abweichungen des Widerstands ermittelt werden können, erläutern das Beispiel. Eine Brücke mit einem Temperaturmesswiderstand in einem der Spannungsteiler befindet sich bei einer Referenztemperatur im abgeglichenen Zustand. Ändert sich die Temperatur am Messwiderstand, dann ändert sich die Diagonalspannung näherungsweise proportional zur Temperaturänderung. Das Ausschlagverfahren nimmt in der modernen Messtechnik einen festen Platz ein.